Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. Januar. Schulstart in Hessen, Lauterbach will Schnelltestliste und erneut Demos in Wetzlar. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Heute geht die Schule wieder los. In ganz Hessen starten die Schulen an diesem Montag in ein ungewisses Jahr 2022. Die Schulen in Hessen starten nach den Ferien weiterhin vollständig im Präsenzunterricht. Sollte das Infektionsgeschehen durch Omikron in einzelnen Regionen nicht überall Präsenzunterricht ermöglichen, seien die Schulen organisatorisch, pädagogisch sowie technisch auf alternative Unterrichtsformen vorbereitet, erklärt Kultusminister Alexander Lorz. Ich hoffe allerdings, dass die Pläne dafür dauerhaft in der Schublade bleiben können, sagt er. Auf dem Schulgelände, im Unterricht und auch am Sitzplatz müssen wie vor den Ferien auch schon Masken getragen werden. Die Sorge vor dem Coronavirus, der Omikron-Mutation und den damit verbundenen Folgen ist bei Lehrern, Eltern und Kindern aus dem Landkreis Limburg-Weilburg gleichermaßen groß. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viel Hoffnung. Hoffnung, dass aus den Herausforderungen der vergangenen Jahre die richtigen Lehren gezogen wurden. Ulla Reitz, Schulleiterin der Weiburger Wilhelm-Knapp-Schule, gibt offen zu, wir gehen mit großem Respekt in die nächsten Wochen. Für den Ernstfall sei man aber optimal vorbereitet. Uns ist bewusst, dass von heute auf morgen der Präsenzunterricht ausgesetzt werden kann. Reitz plädiert dafür, dass die Schulen selbst entscheiden sollten, wann sie ihre Türen schließen und wann nicht. Sorgen machen sich allerdings nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern. Vierte Welle, Omikron, bringen alte und neue Sorgen mit sich. Was bedeutet das für die Psyche? Was kann man selbst tun, wann sollte man sich besser Hilfe suchen? Das erklärt Dr. Johannes Krauthain. Die Belastungen sind vielfältig, ob finanzielle Sorgen, reduzierte persönliche Kontakte, Schwierigkeiten, eine Kinderbetreuung zu finden oder eine verschobene Operation. Die gegenwärtigen Einschränkungen umfassen viele Lebensbereiche. Gleichzeitig sind die Hürden, das eigene Leben in wichtigen Bereichen angenehm und positiv zu gestalten, weiterhin erhöht. Das schlägt sich auch in der psychischen Belastung vieler Menschen nieder, erklärt der Vorsitzender des Bündnisses gegen Depressionen Gießen. Er gibt zudem Tipps, wann Betroffene sich professionelle Hilfe suchen sollten. Vor Herausforderungen stellt die vierte Welle auch die Regierung, besonders Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gerade. Omikron breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Deshalb hat Lauterbach nun eine Positivliste für Corona-Schnelltests angekündigt, welche die neue Omikron-Variante gut erkennen. Ich habe am Nachmittag das Paul-Ehrlich-Institut veranlasst, eine Positivliste vorzubereiten mit Tests, die für Omikron besonders geeignet sind bzw. Omikron früh erkennen, sagte der SPD-Politiker dem ARD-Hauptstadtstudio. Das werde allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Damit soll eine bessere Orientierung bei der Testauswahl ermöglicht werden. Eine erste Einschätzung hatte das Paul-Ehrlich-Institut bereits abgegeben. Demnach sind die meisten der in Deutschland angebotenen Corona-Schnelltests auch zum Nachweis der neuen Omikron-Variante geeignet. Nun geht es weiter mit den Infektionszahlen und dem Corona-Update des RKI am Morgen. Das Robert-Koch-Institut hat auch am Montag erneut einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 375 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 362 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 25.255 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 18.518 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Gegen die Corona-Maßnahmen wurde am Wochenende auch in Wetzlar wieder demonstriert. 1.500 Menschen gingen am Samstag in Wetzlar auf die Straße, 500 für Demokratie und Solidarität. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich. Die Gegendemonstration stand unter dem Titel Wetzlar solidarisch und wandte sich dagegen, dass auf Kundgebungen und Demonstrationen von Impf- oder Corona-Kritikern immer wieder Vergleiche zwischen der aktuellen Politik und einer Diktatur gezogen werden und dagegen, dass bei vielen dieser Demos oder Spaziergänge Nationalisten und Rechtsextreme marschieren. Eure Spaziergänge nehmen keinen milden Verlauf, schrieben Teilnehmer auf mitgebrachte Schilder. Zum Abschluss gibt es heute noch eine Meldung aus dem Sport. Kurz vor dem EM-Auftakt überrascht die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Buderos Arena Olympiasieger Frankreich. Vor allem nach der Pause hat das DHB-Team richtig Spaß. Am Kassenhäuschen verteilt Ruth Klimpke freundlich wie immer die Eintrittskarten an die internationale Journalisten-Schar. In der Buderos Arena verteilt Sonemann Till wenig später keine Geschenke, der Schlussmann der deutschen Handball-Nationalmannschaft verhindert mit seinen Paraden zumindest einen höheren Rückstand. Am Ende feiert die DHB-Auswahl gar einen Erfolg gegen den Favoriten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Das war die heutige Ausgabe von Gude Mittelhessen. Unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Mittelhessen. Hört aber auch gerne mal in unseren Wein-Podcast Wein mal eins rein. Ein Angebot der VRM